Der Banken-Tipp wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank im Montafon. Sie möchten 3,2% für Ihr Geld und dazu die Chance, sogar bis zu 5% zu bekommen? Dann zeichnen Sie doch die neue 3,2% Raiffeisen-Montafon-Obligation. 2011 bis 2016 der Raiffeisenbank im Montafon. Die Montafon-Obligation bietet Ihnen zwei Jahre lang fixe 3,2% Zinsen. Sie glauben, dass nach zwei Jahren die Zinsen, die Inflation oder was auch immer höher sind oder sogar noch weiter steigen. Dann bekommen Sie die Chance, 5% Zinsen zu lukrieren. Oder vielleicht fallen die Zinsen doch wieder. Selbst für diesen Fall haben wir für Sie vorgesorgt. Sie sind abgesichert. Sie bekommen auf jeden Fall 1,9% egal, wie tief die Zinsen während der restlichen Laufzeit fallen oder in den zwei Jahren vielleicht bereits gefallen sind. Wenden Sie sich an die Berater der Raiffeisenbank im Montafon. Sie haben die Emissionsbedingungen und die Details für Sie. Die Chance, bis zu 5% zu bekommen, auf Ihr Geld, die gibt es nur bis zum 31. März 2011. Vorzeitiger Zeichnungsschluss ist vorbehalten. Der Bankentipp wurde Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank im Montafon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017